Dieser Mercedes-Benz C220 ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem grauen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 135.000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2012. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Hysofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 170 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017